Ihr Bluestar 8000i verfügt über vier steuerbare Mikrofone, die die Herkunft der Stimme verfolgen und unerwünschte Hintergrundgeräusche eliminieren. Es verfügt über drei HD-Lautsprecher, links, rechts und in der Mitte, die einen Frequenzbereich von 20 kHz unterstützen. Mit dieser Audiofunktion können Sie hören und gehört werden. Die Qualität der Lautsprecher und der Klang sind so klar, dass Sie keinen Hörer mehr benötigen. Wenn Sie ein Telefonat jedoch ungestört führen müssen, unterstützt auch der Hörer HD-Voice. Die Kamera nimmt Bilder in HD-Qualität auf und hat eine Weitwinkeloptik. Sie können die Kamera nach oben und nach unten ausrichten, jedoch nicht nach links oder rechts. Dies ist jedoch bei dieser HD-Kamera nicht nötig, da sie über einen Sichtwinkel von 70 Grad verfügt. Das Bluestar 8000i hat ein ca. 13 Zoll breites Farbtouchscreen, das Videoanrufe und Videokonferenzen in HD anzeigt. Weitere Trainingssitzungen finden Sie auch zu den Bluestar Soft-Clients für iPad, iPhone und PC. www.sdk.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at. www.sdk.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.